Also ich hab da echt ne mega Ständerpilz-Vergiftung mit rohem Fleisch. Mh, Ständerpilz. Mh, Ständerpilz. Jetzt kotzt er, er kotzt vom Ständerpilz. Auf das Fleisch, tut mir leid. Ja, komm, komm grad Steine raus, Junge. Hab dich aus Versehen vom Squad removed. Ah, okay. Meine Maus ist weg. Kann ich denn das dann nehmen? Willst du jetzt hier mit mir kämpfen, oder was? Akzept. Ich hab's akzeptet. Ja, wir müssen mal eindeutig jetzt besser in dem Spiel werden. Also irgendwas läuft dir falsch. Ja, wir müssen erstmal die Stelle wieder finden, wo die Säge... Boah, wie kann man denn permanent die Säge verlieren? Wir sind so Decken, oder? Ja, nee, aber der Typ mit den Laucharmen. Er kann immer nur eine Sache gleichzeitig tragen. Ja, wird Zeit für die Boss-Edition des Spiels. Ja. Okay, ich find die Stelle nicht mehr. Ich vermute, es ist D-Spawn. Nein, ne? Du meinst, unser Fleisch ist weg? Nee, das Fleisch nicht, aber die Planken wahrscheinlich. Nö, hier sind hier. Was die Planken... Ja, neben dem Fleisch sind zwei. Aber hier war halt eine Stelle, wo die anderen lagen. Und wo die Säge daneben lagen. Jetzt ist das weg. Echt ja mega doof. Wildschweinkopf. Der Kopf eines Wildschweins. Es war eine gute Jagd, steht da. Es war echt eine gute Jagd. Ach, der Riesenbovist gehört zu mehreren Gruppen von Ständerpilzen. Geh nicht einen knacken? Ständerpilz. Ich trete gerade gegen den Ständerpilz. Den esse ich jetzt auch. Also ich hab echt eine mega Ständerpilz-Vergiftung mit rohem Fleisch. Kann ich den übergeben Modus auspumpen? Hm, Ständerpilz. Hm, Ständerpilz. Jetzt kotzt er. Er kotzt vom Ständerpilz. Auf das Fleisch. Tut mir leid. Das war nicht extra. Und was ist jetzt mit mir Medical los? Ich würd sagen, da muss ich mich hinlegen. Suchst du dich gerade im Fleisch? Ja, aufs Versehen. Da schießt einer. Da schießt einer, Mann. Ach, Quatsch. Doch. Ich hab das gehört. Hörst du's? Nee. Natürlich, da schießt einer. Du hast halt nur nicht so ein krasses Headset wie ich. Jetzt mal ohne Witz. Da schießt einer. Was machen wir denn jetzt? Die kommen gleich. Du kackst erst mal während die schießen. Mann, ey, die werden uns hier im Fleisch finden. Ist das Spiel über mir vielleicht zu leise? Nee, ohne Witz. Also erst, ich hab ja auch eben die Drohne gehört. Da hast du nichts gehört. Und jetzt haben wirklich welche geschossen. Oh, shit. Ich hab jetzt in den Gameshaut ein bisschen lauter gedreht. Aber ich hör da immer noch nix. Jetzt schießt auch keiner mehr. Ja, aber die Säge ist, glaub ich, weg. Das ist echt ein Segen, dass wir noch niemand getroffen haben. Oh, hier sind Zombies. Wo? Hier, bei mir. Wo bist du? Ach ja, ich muss den Namen wieder suchen. Oh, schee. Oh nein, oh nein. Oh, scheiße, der kommt auf mich zu. Wo bist du denn? Unten oder oben? Ja, keine Ahnung, Alter. Guck da einfach, wo mein Name ist. Ja, ich find den Namen nicht. Alter, ich werd grad von einem scheiß Zombie angekommen. Ich hab auch schon einen besiegt. Das wird halt Zeit für deinen ersten Zombie. Oh, schlag doch zu, Alter. Was ist denn? Was macht der denn? Ich würde dir so gerne helfen, aber wie? Okay. Hast du ihn erledigt? Oh, er steckt wieder auf. Ich komm dir zur Hilfe, aber ich hab... Oh, wie er nicht zuschlägt. Gut, was ist denn los? Hast du denn keine Waffe? Doch, natürlich. Oh, der Junge schlägt einfach nicht zu. So, ich bin dann da, zur Hilfe. Da merk ich nichts von. Ah, okay. Ja. Ich komm schon klar, danke. Ja, okay. Hast du den jetzt nackt gemacht? Ja. Hast du jetzt einen Helm? Ja, den kann ich tatsächlich anziehen. Scheiße. Unsere Boots hab ich nicht gemacht. Ich hätte den Helm bestimmt bekommen, hätte ich dir geholfen, oder? Kann sein. Da ist noch einer, da ist noch einer, den hole ich mir. Okay. Ich helfe dir. Na toll, der hat keinen Helm. Keine Ahnung, ist hier Friendly Fire an? Oh, der hat dazu einen coolen Hut. Nee, der würde zu meiner Regenjacke passen. Hä? Da muss man... Da muss man einen Hammer hin. Ich hab den grad weggeschmissen. Weiß ich nicht, aber ich... Ich werd mir jetzt hier den Hut holen. Den hab ich tatsächlich weggeschmissen, Alter. Was ist denn hier mit der Steuerung los? Ja, das ist echt nervig. Hä? Okay. Ja, und wo ist jetzt die Mütze? Ich hab die Mütze nicht. Hm. Vielleicht hat er die nicht gedroppt. Ne, das scheint ich tatsächlich nicht gedroppt zu haben. Ja, das müsste hier, glaub ich, rumliegen. Ja. Mann. Aber wir finden schon eine Mütze für dich. Das ist wirklich traurig. Ja, wir laufen immer weiter von unserem Fleisch weg. Da schießt's wieder. Ja. Hä? Die schießen schon wieder. Hast du es jetzt immer noch nicht gehört? Ich lauf lieber wieder. Es ist mir zu heiß hier. Ja, ich trink mal den Games oder ein bisschen lauter. Tja, irgendwie schleppendes Game, oder? Also bis jetzt. Ja, aber ich glaub, das liegt nicht am Games, sondern am O-Gaming. Ah, ich würd ja echt, glaub ich, guck mir mal demnächst bei Twitch einen an, der da spielt und dann streamen ich. Ein bisschen Inspiration holen. So, ich hab jetzt mal ein Games-Sound ein bisschen laut. Vielleicht hör ich da noch mal was. Ah, der In-Game-Sound ist irgendwie auch ein bisschen anders als im Hauptmenü. Deswegen kam ich jetzt etwas durcheinander. Ich find unser Fleisch gar nicht mehr. Naja, das ist wahrscheinlich weg. Ne, ich hab's. War noch besser, wäre die Säge wieder zu finden, aber ich glaub, das kann man uns abspielen. Knochen eines großen Tieres, ja. Warum kann er denn nicht mit den Händen ein bisschen abbrechen? Das kann's auch nicht sein. Was machst du denn so? Ich hab halt Hunger. Ich glaub, wie dir das hier aussieht, ne? Einfach so ein Kadaver um den Kadaver. So Steaks aufgereiht und du snackst dir das einfach so. Mit einem ausruckslosen Gesicht. Ja, ich weiß auch nicht, was machen wir denn jetzt hier? Also ich hab eigentlich, wir müssen jetzt wieder eine neue Säge suchen, oder wie kriegen wir hier das Holz hin? Ich hab keine Ahnung. Es ist halt nicht an jeder Ecke hier irgendwas zu finden. Ja, aber es ist ja echt ein bisschen doof, dass der nicht immer so ein Pein... Ist ja lächerlich. Lächerliches Game. Das macht ja ein aufharter Kerl und so. Ich geh dann mal eine neue Säge suchen. Ja. Ja, ich versuch die alte wieder zu finden, aber... Ich glaube auch nicht, dass ich eine neue Säge finden werde. Okay. Ah, man kann im Kühlschrank auch was storen. Also ich kann auch hier in... Man kann auch Nahrungsmittel im Kühlschrank so verwalten. Ja, okay. Also ich hab hier wie so ein ziemlich intaktes Haus gefunden, wo wenig kaputt ist. Okay. Also ich hab jetzt Energie und Hydration. Ich hoffe null. Yeah, ich hab Wanderschuhe. Oh, der hatte direkt meine alten Crocs da einfach hingelegt. Ich hab Combat Boots. Ach, komm, Combat Boots. Ach. Ich hab jetzt Wanderschuhe. Zeig mal. Was denn? Willst du hier sehen, wie die aussehen, oder was? Ja. Guck hier, da kannst du auch was im... Jetzt kannst du schon nicht mehr. Deinen Hammer hast du aber immer noch. Ich dachte, den hättest du verloren. Ja, den hat er irgendwie weggeschmissen. Ich bin mir da wieder gut. Hm. Doof, 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 doof. Boah, der klettert so langsam die Leiter hier hoch. Das muss sich jetzt lohnen. Hier oben ist meine fette Tüte Müll. Ist das hier eigentlich alles Zufallsprodukt? Ich hab ne Plastikschere. Mit der Schere lassen sich verschiedene dünne Materialien wie Papierkarton, Metallfolie, Stoffseilen und Drahtschneiden. Da kann ich direkt mal anfangen zu basteln. Mann. Okay, ich hab ein paar Stofffetzen gefunden. Daraus kann man Seile machen. Würde das gut sein. Ja, das ist gut, weil ich hab Panzertape. Du weißt, das ist quasi das Wichtigste im Survival-Game. Ja. Außer zum Feuermachen. Und zum Holzammel. Stell dich nicht so an. Sei mal hier Teamplayer. Okay. Ich lieg einfach mit viel Gerümpel, aber nichts, womit man was anfangen könnte. MacGyver hätte es schon geschafft mit dem Panzertape. Ja, stimmt. MacGyver hätte sich wahrscheinlich einen Helikopter gebaut. Oh, hier sind Computer und ein Telefon. Ich glaub, wir müssen einfach noch so ein bisschen die Stadt hier durchsuchen. Oder? Meinst du nicht? Und da mit den richtigen Materialien? Ja, können wir versuchen. Also ich bin auch gerade dabei zu gucken, ob wir nichts übersehen haben, aber allzu viel scheint es hier auch nicht mehr zu geben. Aber ich mein, das sind schon einige Häuschen. Hier war ich noch nicht drin bis jetzt. Vielleicht warst du hier ja schon drin. Coca-Cola-Automat gefunden? Nichts drin. Es nervt auch ein bisschen mit dem Search, 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 Search hier. Bin mal ehrlich. Ja, stimmt schon. Ach, ich hab noch mehr Panzertape. Das lass ich dann jetzt hier. Ja, ich dachte, das wäre voll der krasse Fund, aber gibt's ja in jeder Ecke. Panzerband. Cool, ich hab eine Schere gefunden. Ja, ich hab auch eine Schere eben gefunden. Hast du noch nicht cool gesagt? Ja, jetzt zeig ich aber kurz. Wenn du sie hast, ist das cool plötzlich. Aber ich hab ja so eine Plastikschere. Und du? Metall, oder was? Ja, ich hab auch eine Plastikschere. Ich hab auch eine Plastikschere. Das sind die coolsten. Ich bin so glücklich. Siehst du gleich, warum. Ich hab noch eine Plastikschere und eine Lupe. Also die Lupe kann man bestimmt gebrauchen. Vielleicht kann man damit auch Feuer machen. Aber ich weiß nicht, was ich dafür wegschmeißen möchte. Ach, ich hab auch Dings von Schießpulver. Das hab ich schon lange. Ich hab ein großes Problem. Ach gut, man konnte es abbrechen. Ich hatte irgendwie fünf Stücke Fleisch im Inventar. Ich hab Eat All gedrückt. Und der warme hörte nicht auf. Ich dachte, wir hören nicht auf das rohe Fleisch zu essen. Wie krass ist das denn bitte? Wo, wie? Umgebung. Was? Ich hab eine Steinaxt. Hä? Steinaxt. Okay, okay. Ich glaub, ich hab da Spiel... Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, sowas gibt's noch bei Minecraft. Nein, echt jetzt. Hier gibt's auch eine. So. Das verstehe ich nicht, warum ich jetzt eine Steinaxt hab. Das kann ich dir nicht erklären. Weil da steht halt in der Umgebung. Wäre die so Steinaxt. Aber ich hab auch Erdbeeren jetzt und so. Okay. Ich hab leider immer... Hast du noch was in deinem Inventar oder so frei? Ja, ich glaub schon. Ich glaub, ich nehm die Weihnachtshandschuhe. Dann kannst du die... Du kannst dann die Autohandschuhe haben. Nee. Ich hab selber coole Handschuhe. Aber ich hab Erdbeeren. Such meinen Namen, komm zu mir und du kriegst Erdbeeren. Ich weiß nur nicht, woher ich die hab. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Geh mal ins Inventar hier in diesem Raum. Also da, wo ich jetzt bin. Jetzt drück mal Inventar. Guck mal, meine Mütze ist auch schön, ne? Ja, da links werden Sachen angezeigt, die halt in der Nähe sind. Ja, und wo sind die? Ja, einfach in deiner nächsten Umgebung. Ja, wie cool ist das denn? Bis jetzt hab ich immer nur Search gedrückt. Da sind Erdbeeren, die kannst du essen. Ja, vielleicht gönne ich mir die tatsächlich mal. Aber ich hab mir auch ein paar gegönnt. Ach da. Okay. Das bringt so überhaupt gar nichts. Ich hab jetzt ne Axt und mit der Axt können wir... Mit der Axt können wir bestimmt draußen Bäume fällen, oder? Das war mein Zauber. Ja. Tschüss. Ja, stimmt. Das könnte tatsächlich sein. Sollen wir mal probieren. Ja, warte. Das ist kein richtiger Baum. Das ist ein Fake-Baum. Aber es macht schon Sinn, hier in dieser Gegend zu bleiben, finde ich. Jetzt im Spiel. So, schau mal hier. Oh krass, Alter. Ja. Guck mal, wie fachmensch ich das mache. Ich stütze mich so am Baum ab. Das wird ein Maibaum, nur für dich. Ah. Ja, da liegt er. Ja, geil. Und jetzt kann ich das auch in Holzbretter zerteilen. Und du machst wieder nichts. Alter, es kann doch nicht sein, dass der immer nur so eine Sache in der Hand halten kann. Also, es kann schon sein, aber... Hä? Das ist doch... Das ist doch... Ja, was kann man dann damit machen? Äh, womit? Ja, mit dem Holz. Was kann man damit jetzt machen? Achso, äh, man kann damit... Irgendwie kann man damit was craften. Ein Feuer. Eine Feuerstelle. Ich hab noch keine Ahnung, wie. Äh, scheinbar hab ich auch ganz viele... Achso, nee, die hab ich nicht. Okay. Ich jage gerade einen Reh, aber ich hör dir zu. Scheiße, da ist jemand. Hau ab. Scheiße, hau ab. Oh, okay, okay, warte. Wir werden sterben.